Texteffekt unter Wasser Diesmal zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Text so gestalten, dass er wie durch Wasser oder Glas betrachtet wirkt. Öffnen Sie zunächst eine beliebig große Arbeitsfläche. Im Menü Filter Rauschfilter fügen Sie der Fläche Rauschen hinzu. Den Regler für Stärke ziehen Sie auf das Maximum von 400% und setzen danach ein Häkchen vor, monochromatisch. Im Anschluss klicken Sie im Untermenü Zeichenfilter auf Chrom. Stellen Sie auch hier die Werte für Detail und Glättung auf das Maximum, also auf 10. Nun wählen Sie das Textwerkzeug und schreiben Sie ein beliebiges Wort. Verwenden Sie eine breite Schrift und wählen Sie einen hohen Schriftgrad. Klicken Sie doppelt auf die Textebene, um im Fenster Ebenenstil dem Text eine Kontur zuzuweisen. Die Sichtbarkeit wird dadurch deutlich erhöht. Nun wenden Sie den Filter Extrudieren an. Sie finden ihn im Menü Filter Stilisierungsfilter. Übernehmen Sie die Einstellungen 4 für Größe und 20 für Tiefe sowie Zufallswert und bestätigen Sie diese mit OK. Drücken Sie STRG plus U, um im Dialog Farbton Sättigung die Ebenenfarbe an die Farbe von Wasser anzupassen. Am besten nehmen Sie ein dunkles Blau. Aktivieren Sie Färben und verschieben Sie den Regler bei Farbton auf die von Ihnen gewünschte Farbe. Legen Sie noch einen Glasfilter darüber. Diesen finden Sie im Menü Filter Verzerrungsfilter. Je nach den Einstellungen für Verzerrung und Glättung entsteht hier mehr oder minder der Eindruck von Glas. Um die Sichtbarkeit des Textes zu wahren, sollten Sie hier die Werte möglichst gering halten. Als Struktur wählen Sie Milchglas. Die Skalierung können Sie ebenfalls nach Belieben festlegen. Der Text scheint nun unter Wasser oder hinter Glas zu liegen. Das ist ein Tool geht, dass man immer noch eine Exemplare aufênürft und unter Wasser ausführen ist. Vielen Dank.